Mein Balkon hat echt mal ein Makeover gebraucht, deswegen ich hier so ein riesiges Paket von Depot zugeschickt bekommen habe. Und hier auch schon mal das erste, eine Lichterkette, die ich hier an dieser Tür anbringen wollte. Mit Klebehaken hat das echt gut funktioniert und in ein paar Minuten war das Ding schon aufgehängt. Weiter geht es dann auch schon mit der Tischdeko. Da habe ich einen neuen Blumentopf, der Kerzen halt erst alt und eine neue Vase. Sieht schon mal ganz fresh aus. Jetzt noch bunte Kissen. Und wenn ihr dachtet, das war schon alles, nein, wir brauchen natürlich noch ein bisschen Klimm-Bimm drumherum. Ich habe hier dann noch so ein Tablett hingestellt mit zwei Gläsern und einer Karaffe und ein paar Keksen natürlich. Und dann kam auch schon dieses Schmuckstück hier. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie es euch gefällt. Danke fürs Zuschauen. Bye!